So, hallo und herzlich willkommen zurück zu IBI. IBI. Meine Stoppuhr liegt hier ein bisschen im Weg rum. Und es geht weiter, die Tür... Ein Speicher! Haha, du dumme Tuse, ich sehe dich! Hahaha. Ja. Sie ist so einfach auszutricksen wie Crooked. Und ich speichere jetzt. Ich weiß. Jetzt kann ich einfach nach links oder nach rechts gehen. Und eine Vase steht hier. Ach, ich kann mein Leben wieder auffüllen. Ja, du findest Vasen, mit denen, mit dem Wasser, was da drin ist, kannst du dein Leben auffüllen. Oder du kannst Blumen in dem Wasser pflanzen, was logisch ist, und dann damit dein Leben auffüllen. Ja, das ist das Spielprinzip. Nicht wirklich, aber gut. Arnold Blessing. Wenn ich es jetzt richtig lese. Man kann manchmal die Buchstaben nicht auseinanderhalten. Gut, das kann ich mir jetzt gerade mal nicht übersetzen. Ich bin manchmal zu doof dafür. Links oder rechts? Es ist wieder so ein scheiß Radespiel. Oh Gott, da liegt wer. Aber ich glaube, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, glaube ich, wer du bist. Oder ich kann ein großes Pech haben, du bist nicht der, den ich denke, dass du der bist. Bist du nett oder bist du auch nicht nett zu mir? Art. Ich kenne dieses Wort nicht. Ach, das ist wieder ein Spucker. Ja. Ja. Steht auf. Was ist denn das? Oh, wie süß. Kätzchen. Ich kenne eine Seite, die es auf den Katzenbilder oder die ist. Das ist so süß. Kenn ich auch. Ich folge auch einer. Er hält einen Schlüssel. Was? Nein, meine nicht. Oh Gott, ein Buschmann. Ein Buschmann mit Krawatte. Ja, Herr, ist ein Br... Vielleicht, vielleicht war er mal ein Beamter. Hm, da wäre, das wüsste man mal. Bewegst du dich? Eigentlich müsstest du dich längst bewegen. Nein, weiter komme ich nicht. Hallo? A headless Statue. Also eine kopflose Statue. Ich habe Angst vor dem Mann, der am Boden liegt. So, dann speichern wir nochmal. Haha, du dumme Tose. Ich weiß, wo ich eben geschrien habe. Sie kann nicht kommen, sie hat die Tür selbst abgesperrt. Ja, die Tose. Sie passt nicht mit ihrem Breitbild. Was steht da? Achso, da steht nichts. Das ist ein Bild, das sie... Ich habe erst Fakten rausgelesen. Ja. Meine Schwester zeigt mir hier Bilder und ich habe da... da sind Blumen so angeordnet, als würde da was stehen. Und ich habe Fakten rausgelesen. Die ersten Person schon verschüttet. Das ist wirklich cool. Ach, ihr habt so solche Spiele. Ich will halt... Jetzt hier ist die nächste Vase. Und hier liegt schon Spuck... Nein, das ist keine Sp... Einmal sind da Fußabdrücke in Blau und Blut ist da. Und hier ist wieder ein Fenster. Ich habe Angst. Ich will nach Hause. Nein, bin ich nicht. Wenn die Rose... So... So wird... Wirst auch du... Weggehen. Ich kenne diese Worte nicht. Bei... Ja. Du und die Rose sind... Du musst nur so weit aus... Du musst das Gewicht der Welt... des Lebens wissen. Ich kenne keines dieser Worte. Da sind Blut petals on the ground. Also sind Blütenblätter. Das sind gar keine... Dings. Ja. Nein, hier ist Blut. Das stimmt. Das ist schon wahr. The Lady in Blue. Ich kenne keine blaue Frau. War das... War das Mädel in der Fanart... Trug das Blau? Ich bin mir gerade unsicher. Ich weiß, der Typ trug Blau. Also ich meine, der Typ trug Blau. Die war rot gewesen. Ich speichere nochmal. Von mir was passiert. Ich habe zwar fünf Leben, aber egal. Das kann trotzdem schnell gehen. So, fünf Minuten haben wir gerade mal. Boah, Leute. Ich hasse euch. Kann mir was passieren, wenn ich ans Fenster gehe? Ein Fenster. Mir ist nichts passiert. Ich habe einen Fleck auf dem... Bildschirm. Oh Gott. Ich habe, glaube ich, gerade Schritte gehört. Können kann ich vielleicht noch nicht? Nein. Äh. Äh. Hier ist nochmal ein Bild mit einer... Lenin Blue. Und ein Zelt steht da. Vielleicht, aber das ist abgesperrt. Hinter Absperrtband das, ähm... Dings. Ich kann das Wort nicht lesen. Ander. Was? Ich lese da Goth raus. Loth. Da ist kein L. C L. Achso. Ander Cloth. Aha. Äh. Nein. Ich will es nicht nochmal lesen. Sie sammeln... Sie sammeln... Sie versuch die ganzen... Sie versuch die Blütenbette einzusammeln. Oder sie reißt die von einer Blume ab. Man sieht es nicht so genau, was sie da tut. Red Lady liebt mich. Red Lady liebt mich nicht. Red Lady liebt mich. Äh, äh, Red Lady. Red Lady liebt mich nicht. Geno. Guck, dass man dich nicht hört. Ich wollte gerade sagen, du trägst aber kein Rot heute. Und ich trage meistens kein Rot. Ich will nicht zu der Tuse gehen. Wahrscheinlich. Das Zelt kann ich mir nicht angucken. Sie kam durch das Fenster. Look on the bright side of life. Sie passt dann nämlich durch die dumme Kuh. Ja. Die andere passt nicht durch die Tür, aber sie passt durch das Fenster. Och, der Kerl liegt immer noch da. Er hat ja gesagt. Also Leben tut er noch, aber ich will mich nicht. Sie schafft es ja irgendwie nicht durch den Flur. Durchs Fenster kommt sie, aber sie schafft es nicht durch den Flur. Und es wäre sich immer noch so, als würde ich hier mal rumlaufen, als wären hier Schritte. Hier ist kein alter Herr. Hier ist nur ein Buschmann. Der läuft ja nicht. Der krabbelt auch nicht. Aber er macht mir Angst. Ich will den nicht ansprechen. Ich will keine Kommunikation mit dem führen. Konversation, nicht Kommunikation. Ich unterhalte mich lieber mit Gegenständen, als mit ihm. Das sieht so aus, die Mensch... Ich weiß. Ja, ich habe die hier laufen. Wir haben fast neun Minuten um. Mann, ich hasse dich, Junge. Es hat Schmerzen. Ach, wirklich? Ich auch nicht. Wie kommst du darauf? Aber was soll ich jetzt tun? Soll ich mich aufzusetzen, damit sie aufhören? Ja, wahrscheinlich. Warte mal, ich tue dir voran, dass mir das tut nicht mehr so weh. Ja, ich weiß. Kann gut sein, weiß ich nicht. Kann sein, weil ich schwitze. Ich hasse dieses Spiel. Wenn ich schwitze, schwitze meine Füße auch. Das waren jetzt meine Füße. Ich klebe immer so schön. Dann. Du sagst nichts Neues. Was tut denn Buschmann? Hallo, Buschmann. Ja, wahrscheinlich. Ich will nicht zu der Lady in Blue. Die tut mir nur was. Die wirft mich mit blauen Blütenblättern ab. Uuuuh. Die war mal Blue-Mädchen. Und hat diesen Job nie aufgegriffen. Genau. Du hältst du nicht. Guck, dass man mich nicht hört. Nein. Guck, dass man mich nicht hört. Aber warum? Was hat sich das hier alles mit diesen dummen Tosen zu tun? Erst die dumme Tose, die mir die Zungen rausstreckt. Dann ist Lady in Red. Jetzt ist Lady in Blue. Wer? Wer von ihnen ist was? Achso. Büße. Oh Mann, ich will nach Hause. A Headless Statue. Ich glaube, ich weiß, was ich... Das habe ich natürlich jetzt schon abgefuckt. Es hätte sein können, dass ich das hätte machen müssen. In dem Raum von Lady in Blue, da lag irgendwas in der Ecke. Das sah so aus wie ein Kopf oder sowas. Ich komme da ja nicht mehr hin. Vor allem, wie kann die springen, wenn die nur ihre Arme zum Laufen hat. Ich stelle wieder Fragen. Guck mal, ich tritt den Arsch. Äh. Geht leider nicht. Man, der da vorne liegt. Ja. Weißt du, wie er aussieht? Der gleiche lange Mantel, die gleichen grauen Haare. Ja. Aber er stirbt, ja. Also nicht er. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert. Ich meine jemand anderes. Das habe ich jetzt gerade hier erzählt. Was mit ihm passiert, habe ich keine Ahnung. Ich habe mich über dieses Spiel so gut wie gar nicht informiert. Ach man, ich will nicht zu dieser dummen Tose. Wir sind auf so engem Raum. Da erwischt die mich. Ich will aber nicht mit dir ins Bild steigen. Was? Was? Was war das? Ach so. Er ist ein Fakt. Mhm. Ich habe mich gerade erschrocken. Von mir selbst. Ich habe das Spiel weggemacht. Es ist dumm, wenn man einen Laptop hat, mit dem man gleichzeitig mit Touchpad und mit Maus bedienen kann. Ich habe nämlich gerade mit dem Touchpad das Bild weggemacht. Und, ähm. Profi-Spiele. Ich habe keine Lust auf die Tose. Hallo. Was ist das? Nix. Nix. Was ist das? Eine Blume mit wenig Blütenblättern. Ja. Da hast du die Blüte und Blüte. Die Blüme und Blüte. Und das ist nix. Hä? Also, meine Theorie stimmte nicht. Vielleicht hast du eine Blüte. Weiß ich aber nicht wofür. Warte, wie kam ich nochmal aufs Inventar? Es gab mehrere. Nein, ich will nicht raus. Wie kam ich auf das Inventar? Ah. C. Blue Rose. Die blaue Rose. A pretty blue rose. Slightly without. Ja. Du hast eine rote Rose, wenn du das? Eine blaue Rose? Ja. Und eine blaue Rose. Was für ein Zwiebel. Eine rote Dame? Oder eine blaue? Das fehlt nur eine gelbe. Weil ich weiß, das hat mit den drei Grundfarben zu tun. Dieses Spiel. Das ist wahr. So, dann speichern wir nochmal. Kann ich vielleicht die Blume? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier zu den Büchern zurück? Ja, zu den Büchern kann ich zurück. A storybook is nowhere to be found. Also ich finde kein Geschichtsbuch. Wozu brauche ich überhaupt ein Geschichtsbuch? Was steht da? The girl in the... Was? The girl in the canvas. The girl in the canvas. Ich weiß nicht, dass canvas ist. Danke schön, hätte ich das Buch eher gelesen. Hier in dem Buch steht über die Ladies, dass sie mich überall hin verfolgen, aber sie haben eine Schwäche, sie können Türen nicht selber öffnen. Und wir müssen jetzt die Folge beenden, wir haben sogar schon überzogen, das heißt wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!